Moin, Moon Quasar von Nichibutsu ist irgendwie Arcade 1980, Space Invaders 0815 irgendwie. Das ist schon geil, ob man so alles findet irgendwie. Ja, ich habe es noch nie gespielt. Sieht auf dem ersten Blick so ziemlich bunt aus. Ja, werden wir ja sehen. First try in meinem Leben. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Okay. Ich weiß nicht. Es ist egal. Kommen Credits drin und gucken, was passiert. Los. Ich weiß echt nicht, was mich da erwartet. Okay, bunt ist es. Es ist bunt. Ziemlich bunt. Eins, zwei, drei. Okay. Irgendwie Stufen von meinem Raumschiff. Okay. Erstmal nur 15 Baller Baller. Reveal Rockets. So, muss ich jetzt irgendwas machen dann oder so? 30 Sekunden. Ich kann jetzt hier nichts machen. Reveal Rockets. 30 Sekunden. Ich kann nichts machen. Das Ding fliegt von alleine da unten. Ich weiß jetzt nicht. Was hat die Musik gerade tierisch nervt? Ich weiß es nicht. So ist es ganz nett. Ach, okay. Das sind meine Läden. Also wenn jemand größer ist. Oh, das ist ja offen. Das ist ein Leveler und Button. Hä? Using Leveler und Baller. Sie kann mich jetzt gerade nicht bewegen. Ach, jetzt geht es mit einem Steuerkreuz nur. Hä? Okay, warum das jetzt mit einem Steuerkreuz so ging? Ich habe jetzt ohne Verstand. Vielleicht gab es so... Oh, jetzt bin ich... Ah, verstehe. Das ist aber eine nice Idee. Oh, ja, 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 ja. Wieder außerdem rangekommen. Ja, ist okay. So, und jetzt hier mit einem Steuerkreuz wieder irgendwas machen? Ja, jetzt kann ich hier wieder nichts machen. Also... Äh? Also, ich verstehe es nicht ganz. Was ich jetzt hier machen könnte. Also, das verstehe ich jetzt wirklich jetzt hier nicht. Das kann aber auch sein, dass der Emulator da irgendwie nicht unterstützt. Vielleicht gab es da noch irgendwie ein paar Button mehr? Klar. Also, jetzt kann ich mich nämlich gerade... Ich kann mich ein bisschen bewegen, aber ich... Ich weiß es nicht. Ja, ey. Und jetzt vermute ich, Mike, du hast noch diese große Schiff... Ne, ist ja gar nichts mehr, weil ich geh dockt habe, vermute ich jetzt mal, oder? Ja. Ne? Doch. Oh, ich hätte gedacht, die sind alle weg, weil er irgendwie mit einem Schiff aus drei Teilen besteht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ach komm, machen wir noch mal eine Runde. Ja, komm, machen wir doch mal, Herr Schreiber. Hallo, können wir uns bewegen? Ach so, es geht nur... Ja, 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 das... Komm, Olli. Hallo, bewegen wir uns mal? Ich drücke den Knopf. Ja. Also, ja, kann nicht nach oben blättern, muss zurückblättern. So, jetzt möchte ich auf End... So, starten wir mal eine Runde. Also, hier, die Schönheit von dem Raumschiff ist so... Naja. Ein bisschen hässlich sieht es aus. Äh, pfff, irgendwie. Nur auf die Naomi achtet. Oh, komm, man, du hast schon spielen. Macht Spaß. Oh, jetzt ist das große Raumschiff hier, hier. Es fühlt sich jetzt an, als wenn... Ja, okay, muss ich jetzt nur aus der Karosser, als wenn ich langsamer schieße. Also, der Träger ist das Ding. Habe ich ja ziemlich verkackt, war vorhin hatte ich ja... Hm, jetzt hier mal so viele Punkte. Gut, nächster Versuch. Ah, das... Das... Oberste, dieses Mutterschiff, was das da schon so... Das hat ja... Spezielle Schönheit. Ja, der Klierer schießt viel schneller. Scheiße, ich dachte, den krieg ich nur noch von mir in die Nähe sein. Na, gut. Äh, der ist jetzt wieder langsamer. So, und das hier verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, wie gesagt, ich kann jetzt hier... Nix machen. Jetzt geht der nach unten mal, nach rechts rüber. Ich kann aber nicht gehen. Kann hier wirklich nix machen. Also, okay, ein Button bringt hier irgendwas. Also, ich kann jetzt hier gerade nix machen. Jetzt steuert der ein bisschen gegen, aber... Ich bin ja aber sicher, ob ich das bewiege und nicht, ob das von Alena passiert. Okay. Klatsch. Ahem. 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 Oh, weg da. Die halten sich ja ganz schön mit unten immer auf dabei. Ach, komm, eine Runde machen wir noch. Eine machen wir noch. Ahem. 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 Scheiße! Ich guck mal was ich hier machen kann. Links, rechts? Aber ich komme nicht nach oben irgendwie. Jetzt würde ich ja denken von der Logik her, dass ich da oben andocken müsste. Das Ding bewegt sich von der Linie. Ich würde sagen, ich kann da nichts machen. Ich verstehe es nicht. Also wenn jeder von euch kennt, bitte mal einen Kommentar runter, was ich da machen muss. Also ich vermute mal, dass es ein Steuerungsproblem ist. Ich weiß nicht, was hier ist. Also du kannst jetzt ganz leicht beeinflussen, so irgendwie hat der da gemacht. So eine Kacke, ey. Einen habe ich noch, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Also meinen Highscore. Full Rockets, ich weiß, aber... Ich würde gerne wissen, was ich hier tun soll. Kein Button macht was. Ich lasse ihn einfach machen. Okay, und das war's dann wohl mit dem geplanten neuen Highscore für mich. Game Over, ja. Ne, macht Spaß. Kann man spielen. Moon Quasar. Von Nitsubishu oder Nitsubutsu. Ja. Ist ganz nahe. Scheint es aber auch nicht irgendwo anders mal gegeben zu haben. Ich habe es nur hier einen Track gefunden für Arcade rausgekommen, 1980. Ganz witzige Ding jedenfalls. Okay, oder? Stand da oder was? Ne, Arcade steht bloß da. Da steht bloß Arcade. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Kannst ihr mal einen Kommentar lassen, wenn ihr wisst, was ich an dieser Auftank-Aktion was ich da nicht machen müsste irgendwie. Kann ich da irgendwas machen? Ach, was weiß ich. Egal. Macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, ein Abo und ein Like zu hinterlassen. Klar, Jungs und Mädels. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli. afternoon. Tschüss. Jetzt einset mich auf. ey, Scheine. Ich mach dich auf. Pferde. Tschüss. 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 Schattem... Tomm-Tommi. Untertitelung des ZDF, 2020